Also ich baue jetzt an meiner Klappmaulpuppe für die Landesbühne in Sachsen weiter. Und zwar ist das jetzt die alte Dame. Ich habe den Kopf aus Ton jetzt praktisch fertiggestellt, habe den Mund noch ein bisschen vergrößert. An den Augen, an den Lidfalten habe ich noch etwas gearbeitet. Also ich werde jetzt den Kopf mit Alufolie versehen, damit ich dann mit Pappmaché drüber kaschieren kann. Hat den Vorteil, dass der Kopf einfach trocknen kann. Der würde sonst nicht trocknen, weil der Ton einfach zu feucht ist. Ja, und im Schnelldurchlauf werde ich euch das dann zeigen. Später werden ungefähr fünf bis sieben Schichten Papier und Tapetenkleister drauf gemacht. Okay, also dann, bis später. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.